Was wärst du bereit, für die große Liebe zu tun? Und was, wenn deine große Liebe ein verwaistes Affenbaby ist? Begleite Michi auf einem einmaligen Abenteuer durch Südafrika, um das Leben des kleinen Affen Bani zu retten. Wann immer ich meine Geschichte erzähle, bewundern mich viele, dass ich alles aufgegeben habe, um dein Leben zu retten. Doch in Wahrheit habe nicht ich dich gerettet, sondern wir uns. Unbändig, wie ich nicht nur einen Affen ausbilderte, sondern auch mich selbst. Im Buchhandel und online erhältlich.